Über Westeuropa liegt ein kräftiges Hochdruckgebiet und nördlich davon sind wir in einer westlichen Strömung. Leider sind wir nicht dicht genug dran, als dass wir viel Sonne bekommen würden. Es bleibt bedeckt, aber die Temperaturen, sie steigen deutlich an und diese lila Linie nahe Hamburg, die zieht morgen über uns hinweg. Das ist eine Okklusion, ein Tiefausläufer, der genau diese mildere Luftmasse bringt. Jetzt in der Nacht haben wir bei Temperaturen um zwei Grad eine geschlossene Wolkendecke. Es gibt ab und zu mal ein bisschen Regen, die Temperaturen morgen früh noch ähnlich frisch. Dann gibt es ein paar wenige Auflockerungen morgen Vormittag, ehe der Tiefausläufer kommt, den ich eben schon erwähnt habe. Und der bringt uns dann nicht nur ein kleines bisschen Regen, es ist wirklich nicht viel, ein bisschen Sprühregen vielleicht, aber eben einen deutlichen Temperaturanstieg. Tageswerte bei sieben Grad und da wird sich dann auch am Abend nichts ändern, denn von der Nordsee her kommt weiterhin milde Luft hereingeweht. Die Temperaturen in der Nacht zum Samstag bei gerade mal sechs Grad, also kaum ein Temperaturrückgang. Am Samstag selbst Temperaturen fast im zweistelligen Bereich. Dichte Wolken, vereinzelt mal ein bisschen Sprühregen, ist auch nicht so viel, aber ab und zu kommt mal ein Tropfen raus. Am Sonntag ganz ähnlich bei der Wetterlage, dann allerdings der Wind nochmal dazu. Es gibt einen frischen und bönen starken Wind aus westlichen Richtungen und der begleitet uns mit ähnlichen Wetter am Montag und am Dienstag. Dann ist die Frage, was passiert am 24. und da sieht es nach einem deutlichen Temperaturrückgang aus. Nachts kann es Frost geben und tagsüber sogar ein paar Schneeschauer, also die Chancen steigen.